Mit dem Tod von Kaiser Heinrich V. im Jahre 1125 fand die staufische Königsherrschaft ein Ende. Andere Adelsfamilien hatten nun die Chance, eine Königsdynastie zu etablieren und mit Friedrich II. hatte ein staufischer Herzog eine sehr gute Möglichkeit, zum neuen König erhoben zu werden. Er schaffte es nicht aus Gründen, die noch zu nennen sind, und so dauerte es noch gute 13 Jahre, bis mit Konrad III. der erste Staufer König über das Heilige Römische Reich geworden ist. Und jener Konrad soll nun im Fokus dieses Videos stehen. Aber bevor wir uns ganz genau mit Konrad befassen, schauen wir tatsächlich erstmal zurück in das Jahr 1125, denn wie eben genannt, gab es eigentlich einen Anwärter von Seiten der Staufer auf den Königsthron. Und dieser war Friedrich II., denn dieser wurde sogar noch von Heinrich V. persönlich zum König designiert. Aber es ist nun mal so, dass die Fürsten über die Jahre, über die Jahrhunderte eben an Macht gewonnen haben und sie eben den König frei bestimmen wollen. Und so hatte das Wort Heinrich V. hier nicht viel Gewicht. Er konnte zwar gut und gerne äußern, wen er als Nachfolger haben wollte, aber letztendlich waren es die anderen Herzöge, die einen neuen König gewählt haben. Und Friedrich II. war jetzt einer von drei Kandidaten, neben ihm Lothar von Sachsen und Markgraf Leopold III. von Österreich. Und tatsächlich hatte Friedrich aber von allen dreien eigentlich die beste Ausgangslage. Doch hat er sie sich zunichte gemacht, weil er gegen eine freie Wahl der Fürsten war und auch gleichzeitig sehr hochmütig aufgetreten sein soll, eben weil er schon geglaubt hat, ganz sicher der neue König zu werden. Und das war die Chance eben für jenen Herzog Lothar von Sachsen. Er schafft es, dass er eine Hochzeitsallianz eingeht mit dem Herzog von Bayern, das war Heinrich der Schwarze. Lothar von Supplingenburg, das ist eigentlich der Name von Lothar von Sachsen, bevor er König geworden ist, Lothar von Supplingenburg verspricht seine Tochter Gertrud dem Sohn von Heinrich dem Schwarzen. Und so gelingt es Lothar von Sachsen, eine Mehrheit für sich zu gewinnen, die ihn dann auch am 24. August 1125 zum König erhebt. Damit war natürlich Streitigkeiten vorprogrammiert, denn es gab auch Erbstreitigkeiten zwischen den Staufern und Lothar. Und Lothar hatte in den ersten Jahren seiner Königsherrschaft eben damit zu kämpfen, innerhalb des Heiligen Römischen Reiches für Ruhe zu sorgen. Und 1127 wird dann Konrad, der ja später Konrad III. werden sollte, zum Gegenkönig erhoben. Ganz kurz zu Konrad III. selbst, er wurde 1093 oder 1094 geboren und war zu der Zeit, als Lothar König geworden ist, gar nicht im Heiligen Römischen Reich. Und das ist jetzt auch der Grund, warum er zum Gegenkönig erhoben worden ist. Denn normalerweise würde man sich fragen, warum denn eigentlich nicht Friedrich II., der ja eigentlich schon ein Kandidat bei der Königswahl war. Das Problem von Friedrich II. ist jetzt, dass er nach der Königswahl von Lothar ihm auch dem Treueid geleistet hat. Und ihn nun zum Gegenkönig zu erheben, das würde dazu führen, dass man in die Sphäre des Treueidbruchs gelangen würde. Und damit hätte Friedrich II. auf jeden Fall ein Legitimationsproblem. Und so kommt der Bruder von Friedrich II., und das ist ja Konrad, sehr gelegen. Er war auf einer Pilgerfahrt, 1124 bis 1127, und hat damit auch gar keinen Treueid gegenüber Lothar geleistet. Und als er dann im Sommer zurückgelangt, beschließen die Herzogtümer Bayern, Franken und Schwaben, ihn zum König zu erheben. Das geschieht dann im Dezember in Nürnberg. Und damit hatte nun Lothar einen staufigen Gegner. Und es war jetzt die Frage, ob Konrad es schaffen würde, hier schon an die Königswürde zu kommen, oder ob er irgendwann aufgeben müsste. Es ist zunächst mal so, dass Konrad innerhalb des Heiligen Römischen Reiches nicht unbedingt eine breite Zustimmung gefunden hat. Fernab von Bayern, Franken und Schwaben sah es nicht so gut, um seine Pläne aus König über das gesamte Heilige Römische Reich zu werden. Beispielsweise exkommunizieren ihn der Erzbischof von Mainz, Magdeburg und auch Salzburg. Und somit geht Konrad erst einmal aus dem Gebiet nördlich der Alpen weg und versucht es damit, dass er in Italien eine Machtbasis aufbauen will. Er lässt sich von Erzbischof Anselm von Mailand am 29. Juni 1128 zum König von Italien krönen, übrigens in Monza und nicht in Mailand. und kehrt 1132 zurück in das Gebiet nördlich der Alpen. Konrad schaffte es nämlich nicht, in den Jahren 1128 bis 1132 eine breite Machtbasis in Italien aufzubauen und damit scheiterte auch sein Plan, eben Widerstand aus Norditalien zu leisten. Er kommt also erfolglos zurück und stellt dann auch noch fest, dass Lothar selbst im Gebiet nördlich der Alpen relativ erfolgreich ist. Er kann die Staufer mehrmals besiegen, 1129 in Speyer, 1130 in Nürnberg und schließlich 1135 in Ulm, was eigentlich der zentrale Ort der staufischen Herrschaft ist. Und so kommt es, dass sich zunächst am 17. bzw. 18. März 1135 Friedrich II in Bamberg unterwirft und dann eben auch am 29.09.1135 Konrad selbst sich Lothar unterwirft. Damit endet das Gegenkönigtum, aber die Unterwerfung selbst rettet Konrad zumindest die Herzogenwürde, die er zu der Zeit hat. Danach macht allerdings Konrad geschickte Aktionen. Zum einen heiratet er mit Gertrud von Sulzbach, eine Frau, mit der er recht bald auch zwei Nachkommen hat, Heinrich und Friedrich, aber was viel wichtiger ist für die Reichspolitik, ist, dass er am Italienzug von Lothar III. teilnimmt, der im August 1136 stattfindet. Und dadurch, dass Konrad jetzt zu einem treuen Gefolgsmann Lothars wird, wird er, man kann es so sagen, salonfähig, um später König zu werden. Konrad macht sich eben populär für die Wahl zum König, denn Lothar selbst, das war dann schon abzusehen, blieb ohne legitimen Nachkommen. Und eben dieser Italienzug steigerte das Ansehen eben auch bei diesen Fürsten, die eben nicht in Bayern, nicht in Franken und nicht in Schwaben ansässig waren. Und so kommt es eben, dass nach dem Tod Lothars am 4. Dezember 1137 Konrad neben Heinrich der Stolze einer der beiden Kandidaten ist, um zum neuen König erhoben zu werden. Und so kommt es eben, dass nach dem Tod Lothar der Stolze einer 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 Stolze einer der Stolze einer 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 Stolze einer